Peru News heute alles, was sie über Peru wissen müssen. Der Jorge Fossertifaktur und seine Auswirkungen auf die Universitario de Deportes um den Titel in Liga 1 2023. Universitario de Deportes beendet eine zehnjährige Titeldürre mit dem Sieg in der Liga 1 Bezson 2023 und besiegt im Finale seinen ewigen Rivalen Ali Anzalima. Der Schlüssel zu diesem Erfolg liegt in der klugen Wahl von Universitario für den uruguayischen Trainer Jorge Fossertifaktur, der auf der Bank im Vergleich zu Ali Anzalima einen entscheidenden Unterschied macht. Fossertifaktur, der auf eine herausragende Karriere und Titel in mehreren Ländern zurückblicken kann, führte schnell sein innovatives taktisches 3-5-2-System ein und stieß bei den Spielern auf positive Resonanz. Obwohl er das Apertura-Turnier nicht gewann, zeichnete sich Universitario mit zehn Siegen und zwei Unentschieden in der Copa Sudamericana und der Liga 1 aus. Das Vertrauen, das Fossertifaktur seinen Spielern entgegenbrachte, wie die lobenden Kommentare von Piero Quispe und Edison Flores belegen, trug zum Team Erfolg bei. Fossertifakturs effektives Management führte zu einer beeindruckenden Kampagne, die durch bemerkenswerte Statistiken belegt wird, wie das Ende einer neunjährigen Serie ohne Meistertitel, die Qualifikation für die Gruppenphase der Libertadores und die Aufrechterhaltung einer ungeschlagenen Bilanz im Monumental und in Lima. Fossertifaktur stellte sein Können unter Beweis, indem er Ali Anzalima im Finale taktisch übertrumpfte, während sein Gegenspieler Mauricio Larriera bei den Entscheidungen das Nachsehen hatte. Mit einem Kader, der nicht unbedingt der teuerste der Liga 1 war, erreichte Universitario unter der Leitung von Fossati die Spitze und machte Ali Anzalimas Hoffnungen auf eine dreimalige Meisterschaft zunichte. Dieser Erfolg stellt nicht nur einen historischen Meilenstein für Universitario dar, sondern stärkt auch die Position des Klubs als starker Anwärter auf nationaler und internationaler Ebene. Der Sieg unterstreicht auch Roche Fossatis taktische Meisterschaft und seinen positiven Einfluss auf die Wiederauferstehung des Teams. Fossatis Meister-Taktiker überspielte Ali Anzalima im Finale strategisch, während sein Gegenüber bei taktischen Entscheidungen ins Hintertreffen geriet. Fossatis effektives Management, kombiniert mit einem Kader, der nicht unbedingt der teuerste ist, unterstreicht seine Fähigkeit, das Team an die Spitze zu führen und Ali Anzalimas Hoffnungen auf eine dreimalige Meisterschaft zunichte zu machen. Insgesamt schildert dieser Bericht nicht nur den sportlichen Erfolg von Universitario, sondern unterstreicht auch die Bedeutung einer richtigen Wahl auf der Bank und die Fähigkeit eines Trainers, eine Mannschaft zu verändern. Der Sieg stellt nicht nur einen Erfolg für Universitario dar, sondern festigt auch die Position des Vereins als starker Konkurrent in der Fußballszene, sowohl national als auch international. Abonnieren Sie uns und folgen Sie uns in unseren sozialen Netzwerken, Facebook, YouTube, Instagram und TikTok. Peru News Today, folgen Sie uns auf Facebook und Instagram.